weiter geht's so steht aber anscheinend schon auf dem markt was willst du von ihm hier was willst du von ihm guck doch einfach hin oben oben links du musst doch schon sagen ich guck dir die ganze Zeit den Regen an und dann daneben hä so was oben links Beirut aber I don't know ob die schon irgendwas verkauft dass sie nicht mehr antwortet ja deswegen antwortet man doch eigentlich hä deswegen antwortet man doch eigentlich weiß ich schon was ist das kann man leicht verkaufen wird umso alles aussehen leicht sagst du ähm leicht ist alterasiensporn äh 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 formte gedächtnislegierung schwarzpulver zum Zeitpunkt jetzt aber da hast du glöb ich ganz hab ich mehr naja weiß ich nicht was schnell geht das kriegt man viel aus den Erhitzern viel aus den Erhitzern ähm 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 äh Also nicht besonders gutes IG. Und dann dieses Zeug, was ich dir heute gegeben habe. Diese Tasche, Auge und das alles. Auge? Ja, diese Augenklappe. Achso. Echt der größte Rotz eigentlich zum Teil. Aber dieser Wriglus übertreibt total. So eine 15 Millionen. Hm. Kann sein. Das ist schlimm. Ihr verkauft eine Altaira-Würfel für eine Million, Alter. Das ist... Werteverfall. Also mal ehrlich. Ich habe halt keinen Bock mehr zu spielen. Echt, jetzt mal. Was? Ja, Altaira-Würfel. Eine Million, mal ehrlich. Die Boss-Items sind nicht schlecht da drin. Wenn man eine Ahnung hat, kann man so gut einsetzen, aber so ist das echt nicht mal normal. Ich wüsste, wenn ich die mal an der Pen-Wand finden würde. Schick doch einfach... Schreib doch einfach eine FA. Ich wüsste, mach die an. Na, der Versuch ist der Wert. Die bleibt mich nicht umbringen, deswegen. Und wenn doch, kacke ich drauf. So. So. Äh... Alex 250. Sonst hätte er ja geantwortet. Ja, das ist offline. Das ist egal, aber die Freundschaft-Auswort kriegt er ja trotzdem. Ne, ne. Kriegt er nicht. Imperialwächter-Frisur, lol. So, Behrhut. Leider nur als halber Behrhut. Schnee. Das geht wohl größtens schief. Ich hab irgendwie auch Bock, mal morgen nur, nur, äh, hier, ähm, Raumzeit zu machen, um mal die Schlüssel loszukriegen. Ich hab ja so eine Massen. Oh, da möchte man vorher ein bisschen vorbereiten, dass ich auch Erholungsdreck oder sowas liegen hab. Ich will erst mal schnell auf, Mana. Äh, Quatsch. Ich will morgen erst mal so lange, äh, verkaufen, dass ich mal meinen Oberteil hab. Vorher hab ich überhaupt nicht geschild. Stabiles Schild krieg ich also hier? Gut. Aber mit mir kannst du erst rechnen, wenn ich meinen Oberteil dann hab. Ne, ich werd morgen jetzt mal alle, 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 äh, Nebenquests machen, die über sind, noch von früher. So. Also, ich werd dir ein paar Gegenstände rüberschicken zum Verkauf, auf jeden Fall. Und, ähm, ähm, die halt derzeit die Quests und so machen und dann mal gucken. Dass man dann halt wirklich, äh, Gegenstände Farmen, die Wert bringen, sind. Hä? Dass man dann Farmen gehen will, Dinge, die Wert haben, also wo man, äh, Kohle kriegt. Wenn er 21 Kompass ist, das sind 21 Millionen, aber in den Preisen verkauf ich sie nicht. Weil ich sie für den Preis in etwa gekauft hab, wo sie, wo sie jetzt gerade verkauft werden, weißt du? Alleine die beiden Sachen sind 70 Millionen schon, die ich da liegen hab, weißt du? Aber zu den Preisen jetzt zur Zeit? Ne. Hä? Ähm, ähm. für wir sind denn das eigentlich sagte sanktum habe ich sehr selten gemacht also ok sei ganz wenig irgendwie ich habe auch den sanktum altarraum sehr schwer vorgestellt ne weil überlegen wenn ihr das level begrenzungen anguckt ab 48 49 und da bin ich ja gerade mal 46 also das ist so nix und dann heißt man sollte so zu viert reingehen ja ich runtergefallen Was machen die denn hier, Alter? Das sind doch eigentlich Tempelgarten. Loll. Scheiß Nerven sehen, Alter. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Das war's für heute. Ups, daneben. Ups, daneben. Ups, daneben. Zwei Gegner geklatscht, oder mein? Nee, ich hab die Höcke geklatscht. Und irgendwie versteht er mir die Steine nicht so ganz. So nachher lang gehe ich auch pennen. So nachher lang gehe ich auch. 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 Wow, ich gehe das noch. So nachher lang gehe ich auch. 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 schon fertig ist ja geil verkaufe erzbogen rene 0 mal siegelbar versiegelbar siegelbar für 35 kaka geht doch gar nicht zu versiegeln wie wir es verkaufen gute frage so quest abgeben was mindestens dreimal wollen die mich rollen versiegelung stein der schwarzen kraft alt herum mindestens schwer drei stück sind doch vier oder schlaf gut bis morgen bis heute was auch immer bis morgen und ja was ja sehen wir nicht da bin und ja wie will ich da in der zeit schon gemacht wieder ab wenn ich mal gute preise anlegen könnte dann sicherlich bis später natürlich da regelt sich das als wort natürlich wieder nach unten so ja was machen wir jetzt eigentlich m m m m ja mal gucken weiter haben wir ja ich sie haben ja das ist nicht einfach deswegen frage ich dich so also dann anfangen müssen wir hier nicht machen dann gehen wir natürlich ähm m m m b es war noch mal diese diese ketten meintlich wirklich fertig da kann man nicht in uns wirklich anderen dingen projekten widmen und ja so und wir machen gleich hier weiter